Neu eingetroffene Leben steht hinter mir. Ein wunderschöner Arteon als Air Shooting Brick. Wir haben den mit 320 PS 4Motion 61.000 gelaufen. Noch einmal vielen lieben Dank an das Autohaus Auto Atelier in Remscheid. Von dem haben wir das Fahrzeug gekauft. Hervorragende Ausstattung. Lass uns das Fahrzeug einmal im Detail angucken. Wir haben Matrix LED Scheinwerfer, 20 Zoll Leichmetallfelgen, Panoramaglasdach, Air Sportsitze, Harman Kardon Soundsystem, Ambientenbeleuchtung, DCC Fahrwerksmodi. Die Ausstattungsliste ist Kilometer lang, würde mein Sohn Sammy jetzt sagen. Vom Heck richtig nice gemacht. Ich habe das Fahrzeug zum ersten Mal gekauft. Ein Zuschauer von uns ist auf das Fahrzeug aufmerksam geworden. Eine Rückfahrkamera fehlt natürlich nicht. Wir werden jetzt demnächst solche Fahrzeuge weiter aufsuchen. Ich denke, der wird auf jeden Fall gut ankommen. Meiner Meinung nach besser als der Octavia RS, würde ich jetzt sagen. Was hat das Fahrzeug im Verkauf gekostet? Ja, wieso im Verkauf? Weil der auch bereits an unseren Kunden, Hasan, schon weiterverkauft wurde für 37.990 Euro. Falls du auch ein Fahrzeug suchst, was nicht im Kundenauftrag stehen soll, was aber nicht bei uns ist, bieten wir natürlich ein Service an. Du sagst uns, was für ein Wagen das ist, eventuell wo der steht. Wir verhandeln für dich. Wir kaufen das Fahrzeug auf und verkaufen dir das Fahrzeug natürlich mit einer gewissen Gewinnmarge zurück. Und haften voll und ganz mit unserer Firma. Wenn ich mit diesem Video jetzt dein Interesse geweckt habe, habe ich eine Bitte. Liken, teilen und einmal kommentieren, was ich für dich eventuell suchen sollte. Bin auf eure Kommentare gespannt. Falls du zum ersten Mal zuschaust, dann lass doch ein Follow da. Ist kostenlos. In dem Sinne wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende und schaut euch das Fahrzeug einmal im Detail an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020